Heute gibt es mal einen Quick-Tipp, wie ihr noch ein paar Euro sparen könnt, wenn ihr euch für The Mandalorian Staffel Nr. 2 im Steelbook interessiert. Wir sind hier bei der Listung von Amazon und sehen, dass das Steelbook 53,99 kostet. Das wurde jetzt im Vorfeld schon reduziert. Eigentlicher Verkaufspreis ist 59,99 wie auch bei Staffel Nr. 1 gewesen. Jetzt spart man hier alleine schon bei der Vorbestellung 6 Euro. Allerdings hatte ich dann nachgeguckt, ob sie meinen Artikel schon weggeschickt haben. Ihr seht, dass ich habe das schon am 24. November vorbestellt. Und dann stand drin, dass der Artikel bei mir erst zum Dienstag geliefert wird. Und genauso sieht es auch aus, wenn ihr jetzt auf diese Seite geht und den Artikel bestellen wollt. Und der morgen, am 19. erscheint, aber erst am Dienstag geliefert wird. Jetzt kann man natürlich sagen, wem interessiert es die paar Tage hin oder her. Aber dafür zahlt man ja eine Prime-Mitgliedschaft, um die Artikel am nächsten Tag zu bekommen. Und damit, vor allem auch wenn man sie schon ewig vorbestellt hat, sie sind nicht in der Lage, den Artikel zum Veröffentlichungsdatum zu liefern. Also habe ich gesagt, wisst ihr was, stornieren wir das Ganze, habe eine Stornierung beantragt. Und lustigerweise, obwohl es erst zum Dienstag geliefert werden soll, wird die Bestellung plötzlich für den Versand vorbereitet. Naja, ist wurscht, ich habe es jetzt storniert. Wir werden sehen, ob es durchgeht oder nicht. In der Regel gehen die Stornierungen durch. Wenn nicht, wird es einfach hier zurückgeschickt, sollte es doch kommen. Und dann habe ich mir eben The Mandalorian Staffel Nummer 2. Ihr seht es hier beim Müllerbestell. Denn dort gibt es aktuell 20% auf fast alles, das hat man ja auch schon in der Vergangenheit, ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Und das Gute ist, die Mandalorian Staffel Nummer 2 ist hier mit dabei, kostet von Haus aus schon 59,99 Euro. Also habe ich es bestellt, 12 Euro Rabatt bekommen, die 20% eben und bin bei 47,99 Euro und lasse mir das Ganze zur Abholung in die Filiale liefern. Mit einem weiteren Rossmann-Coupon ist diese Aktion nicht kombinierbar. Das kennen wir auch aus der Vergangenheit. Wäre geil gewesen, wenn man hier auch nochmal 10% sparen könnte. Aber geht leider nicht. Und dennoch finde ich es eine sehr gute Rabattierung eben. 12 Euro ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. 47,99 Euro kann sich sehen lassen. Hier sind wir nochmal bei Müller. Die Aktion geht vom Donnerstag bis zum Freitag, also auch noch morgen. Und hier sehen wir es ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro, 20% auf Multimedia. Da haben wir dann auch online die Aktion, zwei Blu-rays für 15 Euro. Multibuy und Rabattierungsaktion ist sowieso nicht miteinander kombinierbar. Außerdem muss man dann auf 50 Euro kommen. Also müsste man wesentlich mehr bestellen. Und wenn man hier auf der Seite von Müller einfach mal nach Steelbox sucht, dann kommt gleich als allererster Artikel eben von Mandalorian Staffel Nummer 2. Dog Soldiers ist natürlich auch interessant, aber da bist du halt nicht bei 50 Euro. Das ist halt ein bisschen blöd. Und deswegen, wenn man sich vielleicht noch für Loki Staffel Nummer 1 interessiert, dann kann man hier auch jede Menge sparen. 12 Euro, weil da ist man auch schon automatisch über die 50 Euro Mindestbestellwertgrenze. Und ansonsten sind hier auch noch einige interessante Steelbox mit dabei, wo man sparen kann. Vielleicht kann man sich was kombinieren, sodass man über 50 Euro kommt. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Nicht nur Steelbox denn im Angebot, sondern natürlich auch Standard Blu-rays und auch Mediabooks. Mich hat es jetzt nur speziell eben wegen Mandalorian interessiert, weil ich das noch im Kopf hatte mit den über 50 Euro. Und ihr seht es, es hat funktioniert. Ja, hier Transformers, die ist auch mit dabei. Da kann man auch einiges sparen. Ich glaube, die ist aber auch bei Amazon im Angebot. Und dann das Super Steelbox von Mandalorian, der zweite Teil. Herrgott, na, aber auch Expendables. Und schau mal hier, Indiana Jones, wenn man die miteinander kombiniert, wird es passen. Staffel Nummer 1 von Mandalorian ist nicht mehr mit dabei. Das ist schon ausverkauft und noch ein paar andere Steelbox, die hier online verfügbar waren, ist klar. 20% ist schon ein toller Rabatt. Da kann man auf jeden Fall sparen. Und ich bin froh, dass ich hier noch ein bisschen mehr sparen konnte. Jetzt muss ich zwar auch warten, aber kann dadurch eben mehr Geld sparen. Und außerdem finde ich es halt eine Frechheit, wenn du so lange vorbestellst. Ja, 24. November 2023 und sie sind nicht in der Lage, zum Release das zu liefern, obwohl du extra dafür Prime hast. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen helfen. Macht es gut, auf bald und Servus.